Hey. Die Pizza. 14.50. Hol dir das Geld. Komm doch rein. Bisschen durcheinander hier. Deine Seife riecht irgendwie komisch. Hä? Ähm, du, ich geh. Wieso? Ich hab doch gerade das Pizza bestellt. Das ist der Typ ein Gehirn. Willst du wirklich schon gehen? Und? Ein Taxi und wartet. Sag mal. Hat er die Pizza damit reingenommen?